Hallo meine lieben Freunde, mein Name ist Rena, ich komme aus Niederösterreich, bin Aktivistin und Mitglied der Orga. Ich freue mich, dass ihr trotz diesem schönen Wetter so zahlreich erschienen seid. Gebt euch einmal selbst einen Applaus, weil das habt ihr verdient. Ich möchte mich hier, so wie immer an dieser Stelle, im Namen des gesamten Orga-Teams von jeglichem Rechts- und Linksextremismus, vor Verschwörertum, vor Antisemitismus und eigentlich allem, was sich gegen den Menschen jeglicher Hautfarbe, Sprache, Religion und seiner Freiheit richtet, distanzieren. Wir sind alle Schwestern und Brüder und haben alle, egal ob Elite oder Obdachlose, nur eine einzige, zwar dank uns Menschen nicht mehr so unversehrte, aber dennoch schöne Welt. Und hier sind wir gemeinsam gefordert, sie uns und unsere Nachfahren zumindest auf dem jetzigen Level zu erhalten. Eine Aussage, die ich ebenfalls im Namen des Orga-Teams tätigen darf. Wir danken unseren Polizeibeamten, die uns mittlerweile bei unserer Elften-Friedensmahnwache begleiten und hoffen weiterhin auf einen so menschlichen, angenehmen und reibungslosen Ablauf wie bisher. Freunde, bitte einen Applaus für unsere Schwestern und Brüder im Polizeidienst. Es ist das Recht, das uns alle verbindet und historisch vorwärts bringt. Und wer dahinter zurückfällt, der tut es um den Preis von Unrecht und Barbarei. Das ist ein Zitat von Stefan Hessel. Mit dem Bewusstsein auf der Höhe dieser Zeit sein, auf der Höhe dieser Wegwerfgesellschaft sein, die wir sind. Die Welt, Empörung und Engagement, aber nicht für kopflose Aktion, sondern für die überlegte, ohne Gewalt. Inspiriert von Gandhis Weg der Gewaltlosigkeit. Das ist der Weg der Friedensmahnwachen. Zeigt und habt mehr Mitgefühl. Verändert diese Welt. Habt Mitgefühl und seid Bürger einer wahrhaften Weltgesellschaft. Du musst dein Leben ändern. Weshalb bist du so empört? Weil du dein Leben noch nicht verändert hast? Wisst ihr eigentlich, dass es nunmehr in Deutschland, Österreich und in der Schweiz an die 110 Friedensmahnwachen gibt? Auch in Belgien, Dänemark, Spanien haben sich bereits Friedensmahnwachen gebildet. Und heute gibt es die erste in Vancouver. Wir werden international. Wie ihr wahrscheinlich auch schon gesehen habt, haben wir auch diese Woche die Wahltrott und die Kerstin mit Foodsharing, Booksharing. Es liegt auch die TTIP-Unterschriftenliste auf. Ideen, Beschwerden und Anregungen könnt ihr bei uns auch abgeben. Und auf der Homepage gibt es den offenen Brief von der Vera. Und auch demnächst die E-Mails von allen österreichischen Politikern, damit dieser Brief auch von euch an alle geschickt werden kann. Des Weiteren planen wir eine Demo vor der ukrainischen Botschaft. Wahrscheinlicher Termin ist Donnerstag, der 17.07. Wird aber auch auf der www.friedensmahnwachen.at Homepage bekannt gegeben. Jetzt gibt es ein paar Minuten Musik zum Entspannen und dann geht es weiter mit dem Open-Mic-Blog mit Dian. 93 Jahre, das ist schon wie die allerletzte Etappe. Wie lange noch bis zum Ende? Die letzte Gelegenheit, die Nachkommen teilhaben zu lassen an der Erfahrung, aus der mein politisches Engagement gewachsen ist. Stefan Hessels Streitschrift bewegt die Welt. Der gebürtige Berliner war Mitglied der Resistanz, hat das KZ Buchenwald überlebt und ist einer der Mitautoren der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen. Mit emphatischen Worten ruft der ehemalige französische Diplomat zum friedlichen Widerstand gegen die Unzulänglichkeiten unserer Gesellschaft auf. Er beklagt, dass der Finanzkapitalismus die Werte der Zivilisation bedroht und den Lauf der Welt diktiert. Er prangert die Lage der Menschenrechte an, kritisiert die Umweltzerstörung auf unserem Planeten und verurteilt die Politik Israels im Gazastreifen als Demütigung der Palästinenser. Stephanie Hessel ist das Gewissen der westlichen Welt und Frankreichs Rebell der Stunde. Stephanie Hessel, der Sohn des Schriftstellers Franz Hessel, wurde 1917 in Berlin geboren. 1924 zog er mit seinen Eltern nach Paris. Seit 1939 ist er französischer Staatsbürger. Ab Oktober 1945 war er Vertreter Frankreichs bei den Vereinten Nationen in New York. 1948 mit Unterzeichnung der Charter der Menschenrechte. Das Buch Empört Euch wurde in Deutsch von Michael Kogon übersetzt. Der Übersetzer ist der Sohn des Menschen, der im KZ Buchenwald das Leben von Stephan Hessel gerettet hat, indem er meine neue Identität brachte. 93 Jahre. Das ist schon wie die allerletzte Etappe. Wie lange noch bis zum Ende? Die letzte Gelegenheit, die Nachkommen teilhaben zu lassen an der Erfahrung, aus der mein politisches Engagement gewachsen ist. Die Jahre des Widerstands gegen Diktatur und Besetzung, die Resistanz und ihr politisches Vermächtnis. Es war Jean Mollet, der nun vor mehr als 66 Jahren alle großen politischen Kräfte des besetzten Frankreich, Widerstand, Parteien, Gewerkschaften im Nationalen Widerstandsrat zusammenführte. In ihm bekannten sie sich zum gemeinsamen Kampf für ihre Ideale unter der einzigen Führungsfigur, in der sich alle wiedererkannten. General de Gaulle. Aus London, wo ich im März 1941 zu de Gaulle gestoßen war, erfuhr ich, dass dieser Rat am 15. März 1944 ein Programm verabschiedet hatte, auf dessen Grundsätze und Werte Demokratie des befreiten neuen Frankreich ruhen sollte. Genau diese Grundsätze und Werte sind uns heute nötiger denn je. Wir alle sind aufgerufen, unsere Gesellschaft so zu bewahren, dass wir auf sie stolz sein können. Nicht diese Gesellschaft, der in die Illegalität gedrängten, der Abschiebungen, des Misstrauens gegen Zuwanderer, in der die Sicherung des Alters, die Leistungen der Sozialversicherung brüchig geworden sind, in der die Reichen die Medien beherrschen. Nichts davon hätten wir zugelassen, wenn wir uns dem Vermächtnis des Nationalen Widerstandsrats wirklich verpflichtet gefühlt hätten. 1945, als das grauenhafte Drama beendet war, setzten die im Nationalen Widerstandsrat Vereinigten Kräfte eine Erneuerung ohnegleichen ins Werk. Damals wurde das System der sozialen Sicherheit geschaffen, wie es die Resistanz in ihrem Programm vorgestellt hatte. Ein vollständiger Plan sozialer Sicherheit mit dem Ziel, allen Bürgern, denen dies nicht durch eigene Arbeit möglich ist, die Existenzgrundlage zu gewährleisten. Ein Ruhestand, der den Arbeitnehmern ein Alter in Würde gestattet. Die Energieversorgung, Strom und Gas, der Kohlebergbau, die Großbanken sollten verstaatlicht werden. In diesem Sinne forderte das Programm die Rückgabe der großen, monopolisierten Produktionsmittel, der Früchte gemeinsamer Arbeit, der Energiequellen, der Bodenschätze, der Versicherungsgesellschaften und der Großbanken an die Nation. Die Errichtung einer echten wirtschaftlichen und sozialen Demokratie unter Ausschaltung des Einflusses der großen, im Wirtschafts- und Finanzbereich bestehenden privaten Herrschaftsdomänen auf die Gestaltung der Wirtschaft. Das Gemeinwohl sollte über dem Interesse des Einzelnen stehen. Die gerechte Verteilung des in der Arbeitswelt geschaffenen Wohlstands über der Macht des Geldes. Eine rationelle Wirtschaftsverfassung, in der die Individualinteressen dem allgemeinen Interesse untergeordnet sind. Ohne Diktatur der Sachzwänge, nach dem Vorbild faschistischer Staaten. Dies als Auftrag an die provisorische Regierung der Republik. Eine echte Demokratie braucht eine unabhängige Presse. Die Resistanz wusste es, forderte sie, trat ein für die Freiheit der Presse, ihre Ehre und ihre Unabhängigkeit gegenüber dem Staat, der Macht des Geldes und den Einflüssen aus dem Ausland. Das wurde bereits ab 1944 in den Presseverordnungen umgesetzt. Und genau dies ist heute infrage gestellt. Die Resistanz forderte, dass alle französischen Kinder die effektive Möglichkeit haben sollen, die bestmögliche Erziehung zu erhalten. Ohne Diskriminierung. Die 2008 vorgeschlagenen Reformen sind nicht damit in Einklang zu bringen. Die jungen Lehrerinnen und Lehrern, die sich, was ich unterstütze, weigerten, diese Reformen umzusetzen, wurden zur Strafe die Gehälter gekürzt. Sie haben sich aufgelehnt, den Gehorsam verweigert, weil sie diese Reformen nicht in Einklang mit dem Ideal der republikanischen Schule sahen, die zu sehr einer Gesellschaft des Geldes dient und nicht genügend Raum für Kreativität und kritisches Denken gibt. Dieses gesamte Fundament der sozialen Errungenschaften der Resistanz ist heute infrage gestellt. Und das ist nicht nur in Frankreich, das ist auch bei uns so, in allen europäischen Ländern. Und dagegen müssen wir aufstehen. Dagegen müssen wir etwas unternehmen. Und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder so zahlreich erscheint. Bis bald. Tschüss. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.